Der Jahresverbrauch an elektrischer Energie einer Familie von 48.000 Megajoule kann bereits durch 75 Milligramm Deuterium und 225 Milligramm Lithium gedeckt werden. Diese Rohstoffe sind in zwei Litern Wasser und 250 Gramm Gestein enthalten. Hört sich gut an, ne? Das klingt doch mal klasse. Ja, das klingt doch noch was. Das muss doch ein Verfahren sein. Kennen wir das schon? Ich bin vorbelastet. Ja, wir haben uns da vorbereitet. Doch, machen wir manchmal. Ich bin eigentlich drauf gekommen, weil es so eine schöne Zahl ist, weil es gibt zwei Fragen zu den Fusionsreaktoren. Unlängst erst wurde ja Wendelstein 7X ja überhaupt erst mal eröffnet und deswegen hier die eine Frage war von Thorsten B. Verhält sich, so er denn irgendwann Realität wird, ein Fusionsreaktor vereinbar mit dem Energieerhaltungssatz? Andere Frage. Kann, nachdem die Kernfusionsforschungsanlage Wendelstein 7X erstmals Heliumplasma erzeugt hat, in naher Zukunft die Energiequelle der Sonne und anderer Sterne nun auch auf der Erde genutzt werden, fragt Johannes S. Also zwei Fragen, die sich jeweils mit dem Begriff des Fusionsreaktors beschäftigen und vor allen Dingen jetzt eben mit der neuen Anlage Wendelstein 7X. Und wir fangen am besten wie immer vorne an. Heliumplasma, Helium ist klar, ist ein Element. Das Element Nummer zwei, zwei Protonen, zwei Neutronen im Periodensystem der Elemente, ein Edelgas. Und das Element wird zusammengebaut aus zwei Wasserstoffkernen, aber vor allen Dingen geht es um das Wort Plasma. Ein Plasma ist ein Gas. Und zwar ein Gas, das die besondere Eigenschaft besitzt, eben nicht nur ein Gas zu sein, sondern sehr heiß ist. So heiß, dass es vollständig, oder sagen wir mal, es ist vollständig ionisiert. Das heißt, alle Atome, die in diesem Gas da sind, sind aufgeteilt in Atomkerne, die sind grundsätzlich positiv geladen und Elektronen, die sind grundsätzlich negativ geladen. Wir haben es also mit positiven und negativen Ladungsträgern zu tun. Und die ganze Idee der Kernfusion, die geht darauf zurück, dass im Jahre 1919 Ernest Rutherford in einem Laborexperiment Stickstoff mit Heliumkernen beschossen hat und dabei ist Sauerstoff entstanden und es ist energiefrei geworden. Das war sozusagen der Anfangspunkt der Kernfusionsüberlegungen, dass nämlich bei der Verschmelzung von kleinen Atomkernen zu größeren Atomkernen energiefrei gesetzt wird. Rutherford hat in den 30er Jahren doch noch eine Reihe von anderen Experimenten gemacht, unter anderem, er hat Deuterium, ein Wasserstoffisotop, bestehend aus einem Proton und einem Neutron, mit Tritium, einem radioaktiven Isotop vom Wasserstoff, einem Proton und zwei Neutronen, verschmolzen und dabei, also er hat sie im Labor zusammengeschossen und dabei wurde energiefrei. Diese Deuterium-Tritium-Reaktion, das wäre eigentlich die richtige Reaktion, ja, für einen Fusionsreaktor hier unten auf der Erde. Also hinter dem Fusionsreaktor steht die Idee, dass man die Vorgänge, die in einem Stern stattfinden könnten, das wusste man zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass man die auf der Erde in einer Anlage realisiert. Ich mache schon die ganze Zeit so, weil man muss so machen. Ein Plasma besteht aus geladenen Teilchen. Ich brauche für die Fusion von Atomkernen, also für die Verschmelzung von Teilchen mit gleicher Ladung, brauche ich relativ viel Bewegungsenergie der Teilchen, weil ansonsten würde die Abstoßung der Teilchen, die elektromagnetische Abstoßung, würde immer dazu führen, dass die Teilchen sich nie so nahe kommen können, dass sie eine Distanz unterschreiten, eine Entfernung unterschreiten, wo eine Kraft zum Tragen kommt, die eben stärker ist als die elektromagnetische Kraft. Und diese Kraft ist die starke Wechselwirkung. Man muss also die geladenen Teilchen, obwohl sie sich eigentlich abstoßen, dazu bringen, sich so nahe zu kommen, dass dann praktisch dieser quantenmechanische Effekt, also rein klassisch würde die Fusion überhaupt nicht funktionieren. Ohne diese quantenmechanischen Effekte würde die Fusion nicht funktionieren. Denn in der Fusion sind die Teilchen keine Teilchen im Sinne von Glaskugeln oder Billardkugeln, sondern sie sind eher sowas wie Schwämme. Das heißt also, diese beiden Schwämme, wenn die aufeinanderstoßen, dann können die sich sozusagen zusammendrücken. Die Schwämme, das ist jetzt nur bildlich gemeint. Was ich meine ist, also der Schwamm stellt sowas dar wie die Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Teilchens. Also man weiß nicht genau, wo das Teilchen ist, man kennt nur den Raum, wo das Teilchen sein könnte. Und wenn diese beiden Aufenthaltswahrscheinlichkeiten zusammenstoßen, dann kann es eben auch mal passieren, dass es eine endliche, eine kleine, aber endliche Wahrscheinlichkeit dafür gibt, dass die Teilchen so nah beieinander sind, dass diese starke Kraft zugreift. Dann werden sie neu gebunden und dann wird Energie dabei frei. So. Das geht aber nur mit hoher kinetischer Energie. Hohe kinetische Energie bedeutet hohe Temperatur. Hohe Temperatur bedeutet, es wird schwer. Wie kriege ich jetzt hohe Temperatur in einer normalen technischen Anlage zusammengehalten? Denn ein Gas mit hoher Temperatur neigt ja dazu, sich auszubreiten. Ich muss also, ich habe ja nicht nur ein Gas, also ein Gas, was aus normalen, ungeladenen Atomen oder Molekülen besteht, sondern ich habe ein Gas, das besteht aus geladenen Teilchen, nämlich aus den Atomkernen und den Elektronen. Wie kriege ich geladene Teilchen, und ich sage es jetzt mal, die müssen auf 100 Millionen Grad hochgeheizt werden. Wie kriege ich ein so heißes Gas in einem Gefäß, in einem Labor oder gar in einem Kraftwerk auf der Wiese, wie kriege ich dieses Gas zusammengehalten? Das geht nur mit Magnetfeld. Er weiß es. Und er wusste es auch vorher schon, ich brauche es ihm gar nicht zu erzählen, er wusste es schon. Benni wusste das schon. Also geladene Teilchen können sich parallel zu Magnetfeld frei bewegen, aber nicht senkrecht dazu. Deswegen ist seit den 50er Jahren die Idee, dass man in einer toroidalen Kammer das Plasma in dem Magnetfeld festhält, also weit weg von den Wänden, und dass die Plasmabedingungen, und zwar das Produkt aus Temperatur und Dichte, so hochgeschraubt werden, bis sie praktisch den Brennpunkt erreichen. Dazu ist es notwendig, eine bestimmte Menge von Teilchen in einem bestimmten Temperaturbereich so lange zu halten, in so einem Torus, dass dann tatsächlich bei der Fusion von Atomkernen mehr Energie frei wird, als die Energie, die man reingesteckt hat, um dieses Plasma zu erzeugen und aufrechtzuerhalten. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man heizt das Plasma durch einen Strom auf, der in Plasma läuft. Dann hätte man hier also so einen Strom, einen Kreisstrom. Dieser Kreisstrom induziert so ein Magnetfeld, da kann man sich schon vorstellen, dass also so Magnetfeldschläuche das Plasma hier festhalten. Dann gibt es noch externe Spulen, die haben auch noch ein Magnetfeld. Das ist also eine ziemlich komplizierte Angelegenheit, aber immerhin, dieser Strom in dem Plasma oder in dem Gas würde das Gas immer heißer werden lassen, heißer werden lassen, das kennen wir ja vom normalen Wasserkocher, und so würde also das Plasma allmählich die 100 Millionen Grad erreichen. Dann kann man auch von außen heizen, mit Strahlung zum Beispiel, man kann Mikrowellen da rein strahlen, dann wird das Plasma heißer, man kann Ströme, habe ich schon gesagt, und dann mit Neutralgasteilchen kann man auch heizen. Man kann also das gesamte Plasma systematisch auf die 100 Millionen Grad hochbringen und das wäre ein Tokamak, wenn im Plasma ein Strom flösse. Die andere Variante bei dem Stellarator-Prinzip, also so ähnlich wie Stella, kommt ja von Stern, ist der Wendelstein 7x. Da hat man also nicht einen inneren Strom, sondern man hat den Strom draußen. In ziemlich kompliziert verlaufenden Spulen erzeugt dieser äußere Strom ein Magnetfeld, was das Plasma zusammenhält. Und da muss man das Plasma innen drin noch heizen, zum Beispiel mit Umschauheizung, man kann da Ströme fließen lassen, aber vor allen Dingen eben durch Strahlungsheizung, durch Neutralgasheizung. Und das Tolle an dem Stellarator ist, im Gegensatz zum Tokamak, den man nur gepulst betreiben kann, hat man es beim Stellarator mit einem kontinuierlichen Reaktordesign zu tun. Das heißt, das Plasma kann die ganze Zeit da drin, wenn es denn gelänge, es festzuhalten, da drin sein und kann Fusionsreaktionen ablaufen lassen. Schön. Jetzt wissen wir also im Prinzip schon mal, woher die Energie kommt und die Frage, würde ein Fusionsreaktor gegen irgendeinen Energieerhaltungssatz verstoßen? Natürlich nicht. Wir wissen ja, die Energie, die wir haben, ist die Energie, die im elektrischen Strom steckt. Das heißt, da sind alle Energieformen, die daran beteiligt sind, sind offensichtlich und welche Energie, die dabei frei wird, ist auch offensichtlich, nämlich die Bindungsenergie in der Form, wenn die kleinen Atomkerne miteinander verschmelzen. So. Jetzt kann man sich noch fragen, wie würde denn so ein Kraftwerk aussehen, so ein Fusionskraftwerk? Also bei der Fusion von kleinen, also von Wasserstoff, also von Deuterium und Tritium zum Beispiel, wird Helium entstehen und ein Neutron, ein aktiviertes Neutron. Dieses Neutron könnte dazu verwendet werden, zum Beispiel Wasser heiß zu machen. Das kennt man ja genau wie bei den normalen Kernkraftwerken, wo wir ja Atomkerne spalten. Dabei wird energiefrei. Wenn man große Atomkerne spaltet, wird eben auch energiefrei, weil diese Atomkerne sind nicht spontan entstanden, sondern dadurch, dass in der Natur, nämlich in den Sternen, in den großen Sternen, Energie zugeführt worden ist und so sind die großen Atomkerne praktisch zusammengebaut worden aus der Gravitationsenergie des Sterns. Die kleinen Atomkerne, da wird die Energie freigesetzt, wenn sie miteinander verschmelzen. Also bei den Neutronen, die würden dazu verwendet werden, in dem Wärmetauscher zum Beispiel ihre Energie abzugeben. Mit dem Wärmetauscher würde man Wasser heiß machen und die übrigen Geschichten mit Turbine und elektrischer Energie. Aber wichtiger ist noch, dass man diese Alpha-Kerne dazu verwenden kann, nämlich das Helium, was dabei entsteht bei diesen Fusionsreaktionen. Man schießt diese Alpha-Kerne auf Lithium und erzeugt damit das radioaktiv zerfallende Tritium, was man ja braucht, um in einem Reaktor, in einem Deuterium-Tritium-Reaktion genügend Energie freizusetzen. Also so ein Kernfusionsreaktor hätte den großen Vorteil, dass da drin immer ein Unterdruck ist. Das kann also nicht zu so einer Katastrophe wie in Tschernobyl kommen. Die Menge an radioaktivem Material ist überschaubar. Vor allen Dingen sind alle radioaktiven Prozesse beim Fusionsreaktor kurzlebig. Da muss man sich also keine Gedanken machen, woher man dann ein Endlager hat, sondern hier hätte man es mit einer Anlage zu tun, die, sagen wir mal, in menschlich überschaubaren Zeiträumen zwar eine Menge an radioaktivem Müll anfallen ließe, aber immerhin bei der hohen Effizienz, die die Kernfusion hat, würde sich das lohnen, weil man würde den Reaktor ja sehr, sehr lange laufen lassen können. Und in der Zwischenzeit würde man diese leichten radioaktiven Abfälle schon ziemlich gut kontrollieren können. Das ist nicht so ein Problem wie bei den langen, bei den sehr, sehr langen Zerfallsreihen, die bei dem radioaktiven Müll anfallen, die zu den normalen Kernkraftwerken gehören. Also ein Kernfusionsreaktor hat den großen Vorteil, dass mit relativ geringen Mengen an Deuterium, Lithium und so weiter unglaubliche Mengen an Energie freigesetzt werden, weil dieser Mechanismus so effizient ist. Er ist hundertmal effizienter als ein normales Kernkraftwerk. Ja, das einzige Problem ist, dass es bis heute noch nicht gelungen ist. Ist eigentlich schade, ne? So wie ich jetzt darüber berichtet habe, war doch eigentlich alles klar. Ja, das liegt daran, weil ein Plasma ein sehr, sehr heißes Gas ist. Die Magnetfeldkonfiguration sowohl im Tokamak wie im Stellarator, Wendelstein 7X, ist sehr kompliziert. Das Plasma ist sehr heiß, es besteht aus sehr vielen Teilchen und das Magnetfeld ist sehr kompliziert. Das heißt, die geladenen Teilchen in dem Plasma, die machen alle möglichen Instabilitäten. Der Plasmaschlauch kann als Ganzes anfangen zu schwingen, er kann aber auch Schwingungen in kleinen Bereichen nur haben. Auf jeden Fall jedes Mal, wenn das Plasma instabil wird, dann knallt die gesamte Energie, die in dem Plasma steckt, auf die Wand. Deswegen brauchen wir einen großen Reaktor. Jetzt wird einer gebaut, ITER, wird in Katarache in Südfrankreich gebaut. ITER steht für das Lateinische der Weg. ITER ist also noch kein Kernfusionsreaktor, sondern er ist ein Forschungsfusion oder ein Fusionsforschungsreaktor, der erst zu einem richtigen Kernfusionskraftwerk-Demo führen wird. ITER hat allerdings eben den großen Vorteil, zumindest theoretisch, er wird ja gerade erst gebaut, dass seine Wände so weit vom Plasma weg sind, dass also wenn der Plasma einmal in diesem Reaktor wirklich stabil gehalten werden kann, dann muss man nicht befürchten, dass das Plasma dann auf die Wand geht. Mit ITER soll herausgefunden werden, wie man den Abfall abtransportieren kann, denn es fällt natürlich Abfall an bei der Fusion, wie der Abfall abzutransportieren ist, wie die Energie abzuführen ist, sowohl von den aktivierten Neutronen als auch von den Alpha-Teilchen, die man gerne hätte, um das Tritium wieder zu erbrüten. Und alle technologischen Prozesse, die da drumherum sind, die müssen erst mal getestet werden. Leider Gottes hat sich herausgestellt, dass die Kosten für so einen Fusionsreaktor doch viel höher sind, als man ursprünglich gedacht hat. Und das große und tolle Versprechen, das hinter der Kernfusion steckt, nämlich wirklich die Menschheit, vielleicht nicht, aber doch große Teile der Menschheit, für geologische Zeiträume mit Energie zu versorgen, dieses Versprechen ist bis heute noch nicht eingelöst worden. Aber die Perspektive ist eben so großartig, dass ich finde, man muss unbedingt an dieser Forschung festhalten. Denn wenn es mal gelingt, dann wäre das ein echter Durchbruch. Und ich drücke die Daumen, dass in Katarasch in einigen Jahren ein Fusionskraftwerk entsteht, das nicht nur den Namen der Weg hat, sondern das auch tatsächlich der Weg zum Fusionsreaktor ist.